Hi, willkommen bei Fernweh. Okay, wir befinden uns jetzt etwas nördlich von Townsville auf dem Weg nach Cairns und wir sind jetzt ein bisschen inland gefahren. Wir sind jetzt mitten in den Bergen und schauen uns die Wallerman Falls an. Das war 268 Meter hoch. Das kann ich hier ablesen. Ja, auf jeden Fall gibt es hier jetzt zwischen Townsville und Cairns einiges zu sehen. Wir wollten jetzt eigentlich recht schnell durchkommen noch, aber hier ist mal ein Stop. Jetzt werden wir noch ein bisschen wandern. Erst du machst es keine Löhne, dann kommt noch mal ein paar. Schauen wir weiter. Das war's. XA Hi, wir sind heute im Paronella Park. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.